Ich hab das selbst noch nie gemacht okay? Ich würde, das wäre jetzt erstmal auch, dass ich mit solchen Einstellungen spiele. Ich kann also nicht sagen, wie das jetzt aussehen wird, das Spiel. Ist das jetzt ein Viereckball? Ja. Könnte man sagen, ein gigantischer Würfel. Oh, ich bin Realeckball, Sinem und... Sinem muss einfach gleich noch in Leas Team. Wo seht ihr, wer... Wo seht ihr, wer bei wem ein Team ist? Ich glaub mit der Tab-Taste kannst du das Scoreboard aufmachen. Hä, will ich gleich nicht springen? Alter, was ist das jetzt? Das ist interessant. Ich weiß nicht, was geht das? Alter, ich kann nicht springen, was ist das? Ja, das ist voll scheiße. Wahrscheinlich wegen der Gravitation. Ja, Antikravitation, das merk ich jetzt auch grad. Oh Gott. Alter, wer ist überhaupt in meinem Team? Lör und... Alter, was ist das springen? Das sieht so geil aus. Oink, oink, oink. Ich krieg ihn hin. Jaaa! 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 Ja, Baby! Ich bin spit! Alles im Load! Ich... Ich kann... Ich muss dich kontrollieren. Äh, hau ab, hau ab! Kommst du mehr her. Ey, du kannst dann echt nicht springen. Ich kann nicht mal ein Vorwärtssalter machen. Zum Boosten. Ich kann ja nix machen. Ich kann ja keine Standard-Taktik machen. Ich kann ja mal mir nach Hause kommen. Oh mein Gott. Du bist doch direkt von 0 auf 100, sobald du den Boost aktivierst. Du bist dann instant von 0 auf 100. Eine Nacht. Nein! Ich krieg den Ball hin. Verdammt! Du meinst du Würfel? Jaaa! Was passiert hier? Jaaa! Jaaa! Es geht immer mehr Richtung Tor! Boah! Hier passieren Dinge! Nein! Ich werde ständig von Sebi zerstört! Boah, Alter! Sebi! Ey! Sebi hat einfach schon sieben Leute zerstört! Seiße! Wie? Wo sieht man das? Sebi hat die Medaille Ausrischung erhalten. Die bekommst du, wenn du sieben Spieler an einem Spiel zerstörst. Ich krieg den! Ich kann! Ich krieg den Ball hin! Mach dich jetzt! Nein! Nein! Ich hatte es fast! Nein! Der Ball muss... Ich verstehe. Das ist ja kein Fall. Das ist ja... Das ist ja... Verdammter Würfel! Oh, ich glaub ich hab die Taktik raus! Aua! Das ist viel zu schnell! 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 Ein explosives Verhalten hier! Oh Gott! Das ist... Was mach ich eigentlich? Nein! Ich fahr daneben! Wir fahren... Wir... Wir tun Dinge! Einfach im Kreis fahren! Nein! Ich nehm den Ball aus! Das will ich doch gar nicht! Nein! 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 Geh doch rein! Löher, Thomas, Sina! Bitte! Nein! Bin von unten drunter durch! Nein! Ja, Parade! Ja! 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 10 Stunden später, ey! Schau, du Schalte! Was passiert da? Was ist das? Wir passieren Dinge! Was ein Zeugel! Jesus! Wir passieren Dinge! Boah! Genau! Zerstörung! Das macht halt mehr Spaß, als ich erwartet hätte! Verdammte Kacke! Wir machen etwas komplettes Gegenteil von der Gravition! Schöns Ihnen! Von ganz, ganz stark auf sehr, sehr schwach! Ich glaube, das wird interessant! Wird's denn nicht! Das wird bestimmt interessant! Oh Gott! Piu! Nooo! Nooo! Ich will einfach in die Lüfte katapulieren! Ich habe keine Ahnung, ob ich das gemacht habe! Ich hab dich nur nach vorne geschubst! Ich kann halt nicht springen, das ist so lächerlich! Die stört, gell? Nee! Das ist mir so komisch an! Das Ding ist halt, ich benutze die Vorwärtssatte immer, um schnell am Boost zu kommen! Aber da wir unbegrenzt Boostmenge haben und ich den Boost generell auf das höchste gedrückt habe, was geht! Oh Gott! 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 Ich kann mich nicht mehr kontrollieren! Ich hab auch das Viereck ins Viereck geschmissen! Ich kann's nicht kontrollieren! Das ist ein Rechteck! Das ist ein Quadrat, Leute! Das ist ein Würfel! Habt ihr euch nicht aufgepasst, oder was? Ey, du bist halt viel zu schnell! Von 0 auf 100! Wacht doch! Mach euch weg hier! Das ist mein Ball! Mein Würfel! Das ist sehr knusprig! Das ist mein Würfel! Das ist mein Würfel! Ja, was! Das ist aber knusprig hier! Alter, ich steck fest! Du kommst halt keine 3 Meter weit! Ohne dabei kaputt zu gehen! Ich muss noch mal gefehlt bremsen, wenn ich da verbreitbar sein! Ey, das muss ich auch! Ich muss auch mal instabremsen! Nein! Löhr! Was denn? So! Du hättest einen Ball! Ja! Krieg mal mit! Ja! Das war knusprig! Das ist ein knuspriges Tor! Die Ballhöchstgeschwindigkeit, die bringt einfach nichts, weil das Ding einfach durchgehen am Boden kleben bleibt! Verdammt! Ich hab das Ballgewicht auch noch auf alle Wecken gepackt! Ich glaube, ich muss noch ein paar Mutertore ausschalten oder verändern! Ey, halt einfach mal! Ey, halt einfach mal! Ich fahrs einfach mal! Ich fahrs einfach mal! Ihr müsst einfach mal komplett den Boost-Knopf machen! Halt den einfach nur gedrückt! Den halt ich hab nur gedrückt! Den halt ich hab nur gedrückt! Ne, ich mach das Ding rein! Ne, ich mach das Ding rein! Woja! Ich wollt grad sagen, ich pack das Runde ins Eckige! Was ist denn? Der Ball ist Eckige! Ich pack das Eckige ins Halbrunde! Wie ist denn eigentlich schon gar kein Ball mehr? Abgerundet! Ne, das ist ja auch kein Ball! Probier ich mal was! Das ist ein scheiß Würfel! Boah, Alter! Wie viel wir uns immer zerstören! Alter, im Moment, falsches Tor! Boah! Alter, das fühlt sich so komisch an, wenn du es irgendwie doch schaffst, in die Luft zu katapultieren! Alter! Oh Leute! Leute! Guck euch das mal an! Guck euch mal an mich fliegen! Wie bist du denn? Ich bin in der Luft! Seht's ne ganz selbe ist! Jesus! Du hast es geschafft, wenn du nicht springen kannst! Ich bin einfach voll... Ich hab mich von der Decke einfach abgelassen! Weeeee! Yeah! Yes! Können wir jetzt eigentlich hier springen? Oh! Juhuuu! Ich kann nicht! Was war das gerade? Okay, Spieleinstand und kann ich hier die Mutter... Ja, ich kann hier die Muttertoren umschalten! Okay! Ballgewicht auf... Strandballkurve! Oh, das wird... Das wird super! Wo ist, äh... Wo ist, äh... Die Schwerkraft? Da, Schwerkraft auf... Niedrig! Ey, das beste... Das beste Tor war einfach, wo uns alle zerstört haben! Und das war mein Tor! Ja! Ja! Jetzt... Jetzt bin ich gespannt! Den Würfel hab ich gelassen! Mal sehen, was jetzt dabei rauskommt! Können wir wenigstens springen? Ich denke schon, ich hab die Schwerkraft... Ich... 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 Und... Ich... Und... Der ist das? Schwerkraft niedrig, genau! Das... Das klang wie ein kleines Kind! Das ist ein... Das war ja auch Sinne! Saat an röpst du Sinne ins Mikrofon! Boah! 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 Jetzt bleibt mal auf dem Boden, Mensch! Hallo, ich will auf dem Boden! Bleib mal auf dem Boden, in der Hartzachen! Ich fahre an der Deckeleiter. Ich fahre an der Deckeleiter. Ich fahre an der Deckeleiter. Was passiert jetzt? Ich kann meinen Wagen nicht kontrollieren. Ich kann meinen Wagen nicht kontrollieren. Ich treffe den Ball. Den Quader noch nicht mal. Ey, das boost ist immer noch so. Den Boost habe ich so gelassen. Das ist zehnfacher Boost. Ich wusste nicht, was solche Einstellungen existieren. Rein damit! Nein! Geh doch rein! Nein! Nix da. Bin ich blau oder bin ich orange? Du bist blau, glaube ich. Blau. Du bist mit mir und Dings gegen die Wallen. Ich muss mal ganz schnell zurück, Bruder. Superman wäre so neidisch auf mich, auf meine Geschwindigkeit. Alter, Bruder! Es ist so schwer den Wagen unter Kontrolle zu. Fah- 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 Nein! Ich will... ich will ihn in der Luft treffen, aber ich schaff es einfach nicht. Ich bin so blöd dafür! Oh Gott! Ah! Was ist denn bei euch kaputdel? Alter, ich habe einen Deckel, ich habe einen Deckel! Oh Gott! Oh Gott! Ich mache, Ich mache Superman-Konkurrenz mit denen ich fliege. Hey! Ich bin im Tor! Nein, nein, nein! Geh ran! Nein, mit dir! Nein! Ich hab gar nicht mal gemackt geschirft, auf, Geil! Boah, Alter, ich geh nur rum, Alter, ich weiß grad wohin! Du? Das war überfordernd für mich! Why? Okay, ganz, ganz langsam! Ah, scheiße! Ey, was machst du? Du jagst das Ding einfach komplett zum Teufel! Auf Eis, man! Man muss einfach taktisch ran! Weg damit! Wie das Ding fliegt, Alter! Hey! Sorry! Nein, Marvin! Das war mein Ball! Ich bin noch im Gegner! Ich bin noch im Gegner! Das ist egal! Au! Nein! Ich musste so vorsichtig spielen, vorsichtig spielen, um mit dem Hund das Ding ins Tor zu kriegen! Scheiße! Ach komm! Du bist viel zu schnell mit dem Ding! Vor allem, da kommt ja noch die Schwerkraft oben drauf! Mit wem redest du jetzt? Nein! Keine Ahnung, ich weiß es auch grad nicht! Überforderung! Ich bin ein bisschen überfordert! Wow! Oh! Ja, Iceman! Iceman! Ja! Ja! Iceman! Mach Auge! Nein! 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 Ich sehe den Sebi nur nach rumfliegen, Alter! Ich sehe den nur nach rumfliegen! Ich sehe den nur nach rumfliegen! Doch, Mist! Stellt euch mal solche Einstellung bei einem offiziellen Tonier vor! Ach, Alter! Ach, Alter! Ich glaube, da würde keiner gewinnen! Nee, das glaube ich auch nicht! Wuiiii! Das ist okay! Iceman, komm das ist die perfekte Freude! Oh, wer macht denn sowas hier schon wieder! Ja, das war ich! Au! Warum? Ich wollte mal sehen, sorry! Sie nimmt! Hör auf! Jeha! Du tust Dinge! Oh! Ja, ich tue Dinge! Den Ball wegschießen und dich zu stillen! Und dich zu stillen! Ja, das ist das Schlimme! Ich krieg den Ball einfach nicht in die richtige Richtung gespielt! Ich krieg's einfach nicht hin! Ja, wir kommen in die Verlängerung, Leute! 0 zu 0, ist es das Uninti? Nee, das geht immer für uns Golden Goal! Aua! Scheiße! Das kann lange dauern, bis das ein Verlängerung kommt! Ja! Das wird lange dauern! Ach, Marvin! Einfach Gegenseitze! Du stehst im Weg! Ey, der hast mich zerstört! Du hast mich zerstört! Ey, das Gegenseitze zerstört! AAH! Oh, Juri! Ja! Ja! Ey, nur wegen höher! Weil er mich weggedrückt! Oh, mein Gott! Verlänger mich da weggedrückt! Was ist das?! Unpassbar. Unpassbar. Wo bin ich? Ich weiß nicht wo ich bin. Der ist weg. Ich bin einfach verschwunden. Okay, warte mal. Ich stell mal ein paar andere Einstellungen fest. Mach mal einen anderen Ball. Gibt's noch einen anderen Ball? Warte mal, ich guck mal. Wo hab ich das grad eingestellt? Da, Ballart. Ich weiß nicht, was der Jubiläumsball ist. Das kann ich gar nicht sagen. Ich will das mal zusammen rausfinden. Ich hoffe, es ist wichtig. Utopia Colosseum im Schnee. Alter, sieht das nice aus. Das ist das, was wir in Deutschland nicht mehr sehen werden. Das sieht übelst nice aus. Das ist auch die Weihnachtsmatt für die. Ja. Das ist ein ganz normaler Ball. Einfach nur verdammt riesig. Okay, ich weiß Bescheid. Ist das ein Jubiläumsball? Ja, ich wollt auch sagen. Obwohl, nee, das ist glaube ich der Ball aus dem Vorgänger. Ja. Ich bin nicht alles enttäuscht. Jubiläum, skantisch, unmittelbar. Ist dir auch egal. Oh, mit diesem Boost, ey. Boah, ich war fast ein Eigentuch. Ich kann mein... ...einfach an der Seite. Waaah! Waaah! Nein! Nein! Das wollte ich doch gar nicht! Waaah! Jeeha! Jetzt hab ich's wieder raus! Nein! Marvin! Du tust was Dinge! Du tust die Dinge, die nicht gleich sind! Oh. Oh. Jetzt musst du wenigstens Dinge, die richtig sind! Haha, lecker! Augee! Ich seh der See, wie du richtig rumpfliegst! Puh! Ich treff den noch nicht mal! Ich schieß in die falsche Richtung! Ich schieß in die falsche Richtung! Au, 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 au! Au, Shepard! Boah! 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 Wir haben gerade weggezimmert, das Ding, ey! Ei, ei, ei! Marvin, du bist so lost! Habst du lost? Du heißt so der Clan! Boah, Alter, du verstehst den Jog nicht! Aber, 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 aber! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Nein! Was passiert jetzt hier? Drück X, Teil Alarm! Oder A, oder keine Ahnung! Drück Spurzern! Drück Teil mit Spurzern! Hahaha! Ich berühre den Ball nicht! Ich auch nicht! Ich war eigentlich die ganze Zeit hin und her! Ja, ich auch! Okay! Hier gibt's gar keine Kurven, das war blöd! Oh! Na, der geht rein! Ich bin so blöd zu treffen! Ich hab'n Ball getroffen! Oh! Ich wünsch' dich, ich würde sie treffen! Oh! Hör'n! 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 Hast'n wir den nicht treffen! responsabil weil ich lieber schnau Kann sein! Heeeey! Ja! Heeeey! Alter, Silo geht voll ab! Spooch! Puh! Facing im Tarot fliegt, alter! Die fühlen einfach auf sich! Leute, er lasst uns einfach ohne den Ball einfach spielen. Marvin! Mann! Das bringt doch nicht einfach zu mir! Ich krieg den Ball wieder nicht! Nein! Ich glaub, ich muss einfach ohne den Ball spielen! Ja! Was? Aschen, ich hab den Strandball aktiviert! Sag mal Marvin! Ja! Was ist denn da? Was meinst du? Hä? Du fährst in meine Richtung! Ach, auf! Ich kann nicht! 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 Banane! Oh! Alter, Shepard! Heeeey! Yay, Freak Dance! Ey, sobald mein Wagen einmal in der Luft ist, ich kann ihn einfach nicht mehr kontrollieren! Oh! Jetzt rüber mir jetzt meine Decke! Oh! Aua! Alter, was war das gerade? Ey! Ich kann das nicht kontrollieren! Wenn ich jetzt zerstöre, tut mir leid! females главen ja ihre elektris ist einfach nur Ich glaube, ich stehe den Boost gleich wieder auf Normalen, das ist so zu wild. Oder wollt ihr den so behalten? Wir machen gleich eine Gemeinschaftsabstimmung, ob wir den Boost so behalten oder nicht. Hä, mach doch einfach, mach doch einfach, dass wir ganz lahm sind. MARVIN! Ich guck gleich mal, was so geht. Ich bringe sie einfach hier zum Ausrasten. Ja, heute bringe ich sie noch zum Ausrasten. Boah, die Standbeufel liegt aus, die sind zu erzeugt. MARVIN! Alles so langsam? Ich hab ja Angst! Naja, du stehst wieder irgendwie gefüttern Weg. Ja! Oh, ich schweige dich hinterher. Alter, der Alexa! Jihah! Wuuuh! Wuuu! Wuuu! Nein! Bo-! Ist das ein frisches Tor gewesen? Zu hoi! Du bist nur stolze, aber nicht hässlich. Ich bin hässlich, ich bin stolz! Das wird so stolzes, wie neu. Das wird so stolzes, wie neu. Da hinten darf ich den Boden schuhe! Verdammt, ey! Das ist für ein Cancer, ey! Du bist einfach kliereck. Ok, ich stell das mal um. Ok, warte mal. Erstmal... Ey, mach mal richtig lahm, mach mal richtig lahm. Ja, warte. Boostmenge behalte ich bei unbegrenzt. Sorry, Löhr, dass ich die ganze Zeit zerstöre. Das ist ja nur gestrachtet. Jetzt kommen wir fünffachen. Schwerkraft machen wir auf Standards. Löhr, du bist mir einfach gefühlt im Weg. Du brauchst mir halt entgegen. Ja, aber du fährst mir auch entgegen. Ja, dann fahr mal weg. Was ist los, relaxes? Ja, ich denk mal, es dürfte so passen jetzt. Habt ihr noch auf hinter der Rampark? Wer hat ein Baum geparkt? Ich wollte wissen, ob du noch aufnimmst. Achso, ja, ja, ist alles noch am Laufen. Ich hoffe nicht, du würdest das wirklich alles an einem Stück hochladen. Ach, ich müsste noch auf der Rad drücken, stimmt. Oder würdest du da so die besten Szenen von rausschneiden? Ich hab keine Ahnung. Hä? Was? Ich weiß es noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich zeig meine Tore und das war's vielleicht. Dann ist das ein ganz kurzes Video. Ja, ich weiß. Ah ja. Willst du verarschen? Das ist ein Puck. Ja. Scheiße. Wenn du von mir gestattest, dann mach ich aus dem Rocket League Zeug dann auch das Bestes auf Szenewild. Oh nein. Bestes. Oh nee. Sind wir mit der Luft normal? Glaube ja. Nee 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 nee": Also der Boost ist jetzt nur 1,5m mal so stark wie sonst. Find ich schon ein bisschen rahm. Ich kann ihn gleich auf 2mal so stark padern, aber nicht nochmal 10-fach, das ist mir ein bisschen zuvieles Looten. Das ist ja Puck, alter. метik9 Den hab ich schon auf dass die höchstkegröße gestellt, die geht. Und trotzdem trifft man den so schlecht. Ah Mann! Marvin! Der Marvin macht immer alle kaputt! Wo ist Lea? Ich will dich zerstören! Lea, komm her! Lass mich bloß in Ruhe! Ich seh' dich! Wo bist du? Lea, komm her! Zidem, Zidem! Zidem, stell dir mal die Übermittel-Einstellung von Feuer vor! Alter, du hast mich perfekt geschubst! Ja, ich hab' ich da mal reingedacht! Hast du gesagt? Stell dir mal die Einstellungen von dem Match vorhin vor, aber mit dem Spielmodus, den wir heute Mittag gespielt haben! Oh ne, da muss ich aber ganz gut los! Bruder, was ist los? Ja! Das können wir auch noch spielen! Dann auch normal oder mit den Einstellungen von gerade eben? Normal! Wer muss los? Was? Damit die erstmal reinkommen und danach können wir falsch spielen! Okay, können wir machen! Aber ich bin an dem Tor, weil ich torgült diese... Leute, ich hänge fest und dann doch nicht mehr! Was machst du auch? Wie kannst du hier festlegen? Du Dinge! Ja! Ich hab mich im Tor-Posten-Rad festgehankt! Ja, aber du zweifst! 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 Bist du uns streamen? Nein, nicht streamen! Ah, ne, alles gut! Ich hätte... Ich hätte wirklich... Ich hätte das wirklich streamen sollen, was wir hier gerade machen! Das wäre super! Ich glaube, wenn wir das nächste Mal wieder so eine Playstation machen, ich glaube, ich stream das! Ich glaube, ich stream das! Das wäre einfach zu wild! Okay, könntest du ihn noch sehen, was? Muss ich dann nur gucken, wie sich das am besten anstellt! Ja! Oh, Sinem! Alter! Guck mal, wie ich ins Tor reinfliege bei mir, Alter! Bei uns! Oh, da muss los! Wie ein großes Ding ins Tor reingesp... 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 Oh, nein! Articulat... Oh, Sinem! Nein! Nein! Komm, ich... Ich rotz das Ding rein! Nein, doch nicht! Tobi, was hast du gemacht? Nein! Du hast für klinisch dritten nicht rotzen! Ich tue falsche Dinge! Offensichtlich! Ich seh's! Jetzt können... Nein! Marvin! Warum sagst du? Immer da Marvin! Ich lasse dir dann zerstören alles und jeden, aber immer den falschen! Nein! Wie hab ich den aufgehalten? Wie hab ich das denn gemacht? Oh, Marvin, Mann! Du hast mich grad voll reingerannt in Löwe! Oh, sorry! In mir ist... In mir ist keiner reingerannt! Ich... Ich... Ich muss einfach mal schauen, wie ich mich zerstört hab, Alter! Das kannst du, glaub ich, nicht einsehen! Ja, doch, wir müssen doch angezeigt! Oh, du kannst... Ne, du kannst... Nein, du kannst... Nein, du kannst... Nein, es wird nicht angezeigt! Wie viele Leute zerstört hast! Du kriegst nur einen... Marin! Wenn du... Wenn du sieben Personen in einem Match ausgeschaltet hast, dann kriegst du einen Reward dafür! Ja, aber... Hab ich doch gefühlt jetzt schon! Ja, dann hast du mir jetzt mindestens sieben Leute zerstört! Gerade, ich zerstör noch einen... Äh... Wenn du... Wenn du Auslöschung erhalten hast... Ich spring einfach über diesen dummen Puck rüber! Hä, wie hast du's geschafft? Bei mir auch grade! Ich treff den einfach nicht, Mann! Marvin! Marvin! Ich heiße Marvin! Muffin! Boah! Boah! Aua! It's back time! Er... Actually, it's 130! Wuhu! Ich hab mich einfach Löher in die Luftkatapult hier! Ich hab auch zu wild! Waaah! Nein! Ich treff... Dummweil nicht! Mann! Riii! Das ist kein Ball, das ist ein Puck! Was auch immer! Das spielt doch jetzt auch keine Rolle mehr! Doch, es spielt eine Rolle! Haha! Das ist kein Ball, das ist ein Puck! Welche Rolle? Also ein bisschen rollt es auch im Spiel! Rollt ist gut! Das schlittert mehr! Das Ding schlittert mehr! Das schlittert mehr! Nein! Wisst ihr was? Sei ich selbst! Du Sohn! Du Sohn! Du Tochter! Hey! Sina, wir haben gewonnen! Ach, der ist auch noch da! Okay! Äh, ich hab insgesamt... 12... 12 Zerstörungen! 12 Zerstörungen! Wie hab ich 12 Zerstörungen gesch... Okay! Wir spielen jetzt... Wir spielen jetzt... Wir spielen jetzt einen ganz besonderen... Wir spielen jetzt einen ganz besonderen Spielmodus, Leute! Wir spielen jetzt einen ganz besonderen Spielmodus, Leute! Nee! Wärmesucher! Jetzt... Jetzt wird's interessant! Konnichiwa! Jetzt wird's interessant, Leute! Wieso? Wie funktioniert das? Das wirst du gleich eine Minute laut finden! Nee! Aber Tobi, geh dann in das andere Team! Kannst du gerne machen! Dann bleib ich hier mit Marvin! Okay! Wow! Yay! Yay! Jetzt ist aber wieder mit 7 Tore... Ach ja, stimmt! Boah! Ach, siehle! Hat den Ball aufgehalten! Boah, siehle! Boah, siehle! Boah, siehle! Boah, siehle! Du kannst das ja doch noch! Oh! 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 Oh, das war knapp, ey! Neeein! Oh, okay, gut! Boah, Lea hat auf keinen... Nein! Nein! Jaaaa! Hahaha! Auch und auch ich! Boah, das war verdammt! Da wollte ich jetzt nicht drauf vorbereitet! Hat der Lea einen guter Schuss? Hey! Siehs mal, ich kann von... Ein richtiger Superschuss, Alter! Kann das echt gut! Gut! Yes! Ja, ich hab ihn so geblieben! Yes! Madre Alexos! Ey, ich hab ihn so geblieben! Und was ist der andere schuld! Hahaha! Obwohl sie hat ihn halt wirklich drauf berührt! Aber trotzdem ist der noch so einen Bogen geflogen, dass der noch reingegangen ist! die krieg ich ich glaube da hätten wir erst mal getroffen über aber wirklich scheiße ja 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 scheiße da kommt der der geht auch wieder ich hab das sind die kompletten standard einstellungen das ist einfach nur um euch das jetzt zeigen und gleich wenn wir mit der mensch hier fertig sind dann dreh ich wieder auf dann dreh ich wieder die settings hoch der kann euch drauf einstellen das wird super nein Nein! Wow, der Biede wird dann nicht vorbei. BIEP! Ach komm! Fall aber auch die ganze Zeit BIEW! Also immer wenn der in den Sitzwuchter vorbeifiegt, er ist einfach so wie so... BIEW! Yes! Du hast dich wieder verrührt, oder? Ja! Ich glaube! Ich glaube! Glauben tun wir nur um Religionsunternehmen. Boah! Kriegt ihr ihn? Ach, scheiße! Ja, die kriegen ihn! Stark, stark gemacht! Ja! Ihr versuchst zumindest! Nein! Ah, shit! Das war verdammt knapp, ey! Sag ich sie! Hey, ich heiche! Ich heiche! Ah! Ich heiche! Ich heiche! Ich will auch überlegen, ob ich aus der Aufnahme irgendwas auszaubern könnte. Wieso nimmst du auch auf? Ach man! Aber Loha könnte mir in der Theorie die Detail ja schicken! Hey, wer hat den getroffen? Wie soll ich die schicken? Oh! Weiß ich nicht! Das sind mindestens 4 Gigabyte! Keine Ahnung! Wird sich schon irgendwas finden? Keine Ahnung! Aber ich kann es nur eine halbe Stimmtheit zurückspielen. Außerdem ist halt unsere... Pardon, bei meiner Aufnahme ist keine Stimmtheit. Ich muss gefühlt halt kaum noch was machen, weil... Boah! Boah! Ich dachte du hältst es denn auf, ey! Ich hab mich auf, ey! Boah, Alter! Ich hab den Schrecken des Todes gerade gekriegt! Den Schrecken des Tasses! Wieso bin ich hier oben? Oh Gott! Ey, der hat mich einfach weggeschossen, ey! Boah! Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Zine, du machst es! Wir haben sich jetzt voll contented! Boah! Scheiße! Ja! Scheiße! Ich will den Ball! Scheiße! Ich heiche! Ja! Oh mein Gott! Boah! Ich war wick, der! Ey, mir ging das richtig Arsch auf die Grundachse, ey! Verdammt! Wieso schon gewonnen? Was soll das? Ich weiß nicht warum, aber wenn du in ein Team sieben Tore schießt... Ich komm gleich wieder! Warte! Tobi, lass nochmal so machen und danach nochmal, also anders machen! Ich komm gleich wieder! Warte, dann stell ich eben kurz zu ein, dass es wenigstens auch so... Also Torlimit auf Unbegin- Ich weiß, was die Zeit ist! Es ist Zeit für DEFCON 1! Für DEFCON 1! Für euch! Warte, was ist viel zu schauen? Ganz gut! Warte, scheiße! Was ist das? Warte, wir geben, es hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.